In der neuesten Episode von Inside Star Citizen steht wieder Alpha 4.0 mit dessen Einführung der Feuermechaniken im Mittelpunkt, die eine aufregende Komplexität in das persistente Universum bringen. Alpha 4.0 bringt eine Vielzahl neuer Funktionen, wobei die Feuermechaniken eine zentrale Rolle einnehmen im Reigen der neuen Features mit großen Auswirkungen auf das Spielerlebnis. Diese Mechaniken sind in das Resource Network System integriert, sodass sich Feuer realistisch in der Spielumgebung verhalten soll. Feuerlöscher sind jetzt überall in den Schiffen verfügbar und bieten den Spielern die Werkzeuge, die sie benötigen, um dieser neuen Bedrohung zu begegnen. Das Resource Network System in Star Citizen ist ein technisches Framework, das die Verteilung und Verwaltung von Ressourcen wie Energie, Treibstoff und Sauerstoff innerhalb des Raumschiffs steuert. Es ermöglicht eine realistische Simulation der Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Schiffsystemen, was zu einer tieferen und strategischeren Spielerfahrung führt, Stichwort auch Engineering. Spieler müssen sicherstellen, dass alle Systeme ausreichend versorgt und gewartet sind, um die Funktionalität ihres Schiffes zu gewährleisten, insbesondere in Notfallsituationen wie Bränden. Dieses System fördert taktisches Gameplay, da gezielte Angriffe auf bestimmte Systeme eines gegnerischen Schiffes, dessen Ressourcenmanagement stören könnte. Insgesamt trägt das Resource Network System erheblich zur Immersion und Komplexität des Spiels bei. Das Feuersystem in Star Citizen basiert auf dem Feuer-Dreieck, Sauerstoff, Brennstoff und Temperatur. Das bedeutet, dass ein Feuer zur Entzündung und Weiterbrennen diese drei Elemente benötigt. Das Ausbreitungssystem ist ausgeklügelt und weist unterschiedliche Eigenschaften für verschiedene Oberflächentypen auf. Feuer beginnt klein, kann aber schnell wachsen, sich ausbreiten, wenn es unbeachtet bleibt und wird so zu einem furchterregenden Gegner, der euch Leben und Schiff kosten kann. Netzwerkherausforderungen wurden angegangen, um sicherzustellen, dass Feuer auf allen Clients genau dargestellt wird und ein nahtloses Erlebnis auch im Angesicht von Server-Mashing bietet, dazu gleich noch mehr. Wodurch kann Feuer an Schiffen eigentlich entstehen? Natürlich, wenn ihr Feuergefechte in Schiffen führt, dann kann das Materialien entzünden, aber Feuer kann eben neben Schäden an Schiffsteilen auch durch abgenutzte und schlecht gewartete Schiffskomponenten entstehen. Zur Berechnung der Ausbreitung eines Feuers zieht CIG verschiedene Berechnungen hinzu. Da sind zum einen die Oberflächentypen, die sind mit unterschiedlichen Eigenschaften für die Feuerausbreitung markiert und die meisten Oberflächen sind brennbar mit Ausnahme eben wie Metall oder Glas. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, da brennt doch eindeutig eine metallene Schiffsoberfläche im Innenraum. Ja, da wägt CIG auch ab, da haben sie Argumentationslücken offenbar. Sie erklären es so, dass unter den Metalloberflächen ja brennbares Material vorhanden sein könnte, wie Kabel, Dämmstoffe und so weiter. Und auf den Oberflächen natürlich dann auch Materialien verarbeitet sein könnten, insbesondere wahrscheinlich dann in den Wohnräumen oder Cockpit oder so, Stichwort Holz. Naja, sie versuchen sich hier in einer Erklärung um dieses Phänomen der dann doch brennenden Metalloberflächen, die eigentlich nicht brennen dürften, dann so zu erklären. Ja, und zur Berechnung der Ausbreitung wird auch das Raumsystem, genauer gesagt die Atmosphäre, getrackt einschließlich der Sauerstoffwerte. Das heißt, wenn es in einem Raum brennt und ihr entzieht diesem Raum den Sauerstoff durch das Resource Network System, zum Beispiel ihr die Sauerstoffzufuhr abstellt oder eine Tür zum Weltraum öffnet, dann könnt ihr das Feuer auch ohne Feuerlöscher eben durch diese Weise eliminieren. Die weitere Alternative sind Feuerlöscher. Hier kommt es natürlich darauf an, wie groß das Feuer ist. Gerade in der Anfangsphase sind Feuerlöscher vielleicht besser, als gleich einen ganzen Raum zu entlüften. Diese Feuerlöscher sind in den ganzen Raumschiffen verteilt, können genutzt werden und wenn sie dann an ihren Standort zurückgebracht werden, dann füllen sie sich automatisch wieder auf. Das Ausbalancieren des Feuersystems war eine große Herausforderung und erforderte die Koordination zwischen Texturen, Partikelverhalten, Hitze, Funken. Die Entwickler streben an, ein realistisches und furchteinflößendes Feuererlebnis zu schaffen, wobei sie auch einschränken, dass Spieler aktuell sich nicht gegenseitig anstecken können. Die allergrößte Herausforderung aber, ich habe es gerade eben schon angerissen, war in diesem Zusammenhang das Server-Mashing und die damit zusammenhängende Synchronisation der Feuer-Daten über verschiedene Server hinweg. Feuer, wird uns im Video erklärt, erzeugt eine große Menge an Daten. Solche großen Datenmengen sind eher suboptimal über die Netzwerke zu transportieren. Spieler mit schlechter Internetverbindung oder Server, die mit Problemen zu kämpfen haben, können somit den kontinuierlichen Fortschritt des Feuers die Berechnung entsprechend beeinträchtigen. Das Team musste also eine Lösung finden, um sicherzustellen, dass das, was der Spieler sieht, mit dem übereinstimmt, was der Server als Feuerzustand kennt. Um das zu erreichen, wurde ein System entwickelt, das so wenig Daten wie möglich sendet, um die Zustände des Feuers zwischen Client und Server zu synchronisieren. Nur wenn die Unterschiede groß genug sind, wird ein relativ großer, aber komprimierter Schnappschuss hin und her gesendet, um alles wieder zu synchronisieren und in Einklang zu bringen. Das Team ist sehr zufrieden mit der aktuellen Funktionsweise dieses Systems, da es eine reibungslose und realistische Darstellung von Feuer im Spiel ermöglicht und mehr ins Detail gehen sie leider im Rahmen dieses Inside Star Citizen nicht. Wir halten also fest, mit Alpha 4.0 wird ein weiteres, sehr komplexes System in Star Citizen mit dem Feuersystem eingeführt, das sich auf Schiffsinnenräume konzentriert. Dieses Update hat erhebliche Auswirkungen auf das Gameplay und bringt neue Gefahren, aber auch Überlegungen für Spieler mit, die ihre Raumschiffe verwalten und pflegen müssen. Die Entwickler sind sehr zufrieden mit dem, was sie erreicht haben. Sie sagen, es war ein sehr langer Weg für das Team, um an diesem Punkt zu gelangen. Sie arbeiten ja schon sehr lange daran und sind eben durch das Server Meshing aufgehalten worden und die damit in Verbindung stehenden Datenkommunikationsprobleme. Sie wissen aber auch, dass das System nicht perfekt ist, dass es sicherlich Fehler haben wird und auch durch Spieler ein Verhalten oder eine Nutzung dann eben provoziert wird, die die Entwickler nicht vorhersehen konnten. Das werden sie sich dann angucken und entsprechend Bugfixing betreiben und dieses ganze System dann auch noch nachjustieren. Aber insgesamt sind sie sehr zufrieden und freuen sich drauf und sind gespannt, was wir Spieler mit dem Feuer alles anstellen werden. Ja, soweit zum Inside Star Citizen in dieser Woche. Schaut auf jeden Fall vorbei, noch als kleine Ankündigung zum Schluss bei GameTogether.de. Die haben Geburtstag und da gibt es den ganzen August über Gewinnspiele. Schaut mal vorbei, macht mit und vielleicht seid ihr ja bei den Gewinnern dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die vielen, vielen, vielen Besserungswünsche und Kommentare unter den letzten Videos, die mich erreicht haben. Ich habe da jetzt nicht drauf geantwortet, weil ich maßgeblich mit Bein hoch irgendwo auf dem Sofa gelegen habe und sich auf dem Handy Kommentare so schlecht tippen lassen. Auf jeden Fall ganz, ganz vielen lieben Dank und ja, freue mich über weiterhin eure Kommentare. Versuche jetzt auch wieder auf den einen und anderen zu antworten und wir hören und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2021